Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Danksagungsvideo. Letzte Woche hatten wir das Info-Talk-Video draußen und da habe ich euch gefragt, Mensch, wer ist denn die ganze Zeit dran geblieben und hat sich das angehört? Und ja, 15 Leute von euch haben geschrieben, ja hier, hier, ich, ich, ich habe gehört natürlich. Und das fand ich so super lieb, dass ich einfach mal Danke sagen wollte und einfach mal alle eure Kommentare hier rausgesucht habe. Und ja, ich wollte einfach auch nochmal jedem Einzelnen von euch danken, weil ich das so super toll lieb und schön fand, dass ihr euch einfach gemeldet habt. Danke auch an die, die das so gesehen haben und nicht kommentiert haben. Aber die kommentiert haben, die bekommen jetzt nochmal ein einzelnes Danke von mir. Snowheart, Zongo448, Clara Himbeer, HappyShild2020, Chloe Dolphinyard, Firehorse, Lena Diening, vielen lieben Dank, auch Nana Mülle, ähm, für dieses wirklich tolle Kommentar. Auch Zeronica, der Zeronica P, Marlies LP, LP Flory, London Forever, Lara, Taras, Jans und vielen natürlich auch Entchen884. Vielen lieben Dank, ihr Lieben, dass ihr mir das geschrieben habt. Das fand ich wirklich toll. Dankeschön, dass ihr auch generell immer so viel kommentiert. Ist ja hier kein Einzelfall. Und äh, ja, das war's auch schon mit dem Danksagungsvideo. Ich wollte einfach mal was, was Kleines machen, was nur für euch ist. Und, äh, ja, dann hoffentlich bis einem, äh, bis zu einem meiner nächsten Videos. Ich bin ganz aufgeregt. Und, äh, ja, dann bis danni und tschüss.